hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen video heute schauen wir uns mal die nico strobe etwas genauer an ja das sind schöne kleine stroboskope 1 euro haben sie gekostet ich lese es auch mal vor vier gleißend hell flackernde leuchtfontänen mit abschließendem roten feuer schauen wir uns mal an schöne kleine fontänen auf jeden fall sehr schöne teile 40 sekunden werden versprochen da werden wir dann anschließend mal sehen ob sie das wirklich halten können ich glaube eher weniger aber nm haben wir auf die vier stück verteilt 9,2 gramm ich würde sagen ich wünsche euch viel spaß mit dem test so schauen wir uns mal die nico strobe an und schauen mal ob das mit den 40 sekunden wirklich was wird wir testen dann erstmal einen einzelnen und dann machen wir noch zwei gleichzeitig dann fangen wir mal an also auf jeden fall sehr grelles blinken und der rote abschluss naja waren vielleicht keine 40 sekunden aber hier war trotzdem relativ lange brenndauer und dann machen wir jetzt noch die mal ein bisschen die umgebung zeigen also die blinken wirklich sehr grell ja also echt top teile ich glaube ich habe ja auch noch die ältere charge erwischt weil ich habe videos gesehen hatten die eine deutlich kürzere brenner und zwar auch kein richtiges blinken mehr aber die hier auf jeden fall noch richtig gut und mal sehen wenn ihr eine ältere charge noch erwischt auf jeden fall klare kaufe empfehlung für die nico strobe dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video wieder ciao bis zum nächsten mal